Hallo und willkommen bei Singen auf den ersten Blick hier bei Cappella Academy. In der letzten Folge haben wir uns einige Dreiklänge in der Tonleiter angeschaut. Genauer gesagt Hauptdreiklänge in der Duotonleiter. Und da kommen direkt zwei Fragen auf, nämlich Gibt es diese Hauptdreiklänge auch in der Molltonleiter? Und Gibt es denn auch Nebendreiklänge? Die Antwort auf beide Fragen ist Ja. Und wie das aussieht und wie man das vom Blatt singt, das schauen wir uns jetzt an. Werfen wir zu Beginn noch einmal einen Blick auf die Hauptdreiklänge in der Duotonleiter. Sie stehen auf dem Grundton, dem vierten Ton und dem fünften Ton der Tonleiter. Alle Hauptdreiklänge sind Durdreiklänge, genau wie die zugrunde liegende Tonleiter eine Durtonleiter ist. Bei Moll ist es ebenso. Der Grunddreiklang auf der ersten Stufe der Molltonleiter ist ein Molldreiklang. Und auch auf der vierten und fünften Stufe stehen Molldreiklänge. Warum das so ist, das kann man natürlich musikwissenschaftlich erklären. Aber zum Singen genügt es allemal, sich das im Hinterkopf zu behalten. In der ersten Übung des heutigen Übungsplatzes werden diese drei Hauptdreiklänge direkt angesteuert. Als Hilfe sind diejenigen Töne, die zum gleichen Hauptdreiklang gehören, durch eckige Klammern markiert. Dazu findest du über den jeweiligen Dreiklangsgrundtönen die zugehörige Tonstufe der Tonleiter blau notiert. In den weiteren Übungen gibt es ebenfalls die eckigen Klammern und die Tonstufen über den Dreiklangsgrundtönen. Allerdings deuten die anderen Farben schon darauf hin, hier sind nicht nur Hauptdreiklänge zu singen. Die einfachste Methode, dir selbst zu helfen, sind wie oft Zwischentöne. Aber auch, wenn du einen ganzen Dreiklang auf einmal erfassen möchtest und nicht nur einzelne Tonsprünge, gibt es eine Abkürzung, ohne jetzt tiefer in die Musiktheorie einsteigen zu müssen. Die Einstimmeübung für den Grunddreiklang, hier ist sie noch einmal in Dur, hast du mittlerweile sicherlich jederzeit im Ohr. Diese Tonfolge lässt sich übertragen. Singst du sie von einem anderen Ton, sagen wir vom zweiten Ton der Dur-Tonleiter aus, und übernimmst den unteren, mittleren und oberen Ton des Tonleiterabschnitts, erhältst du den Dreiklang, der auf der zweiten Tonstufe der Dur-Tonleiter steht. Das ist hier ein Moll-Dreiklang, der in der Dur-Tonleiter zu den Nebendreiklängen zählt. Das geht übrigens auch in Moll, in umgekehrte Richtung und von anderen Tönen aus. Singt man die Tonfolge von oben nach unten, vom oberen Dreiklangston des Grunddreiklangs aus, klingt das dann so. Steht nun beispielsweise dieser tiefere Dreiklang in den Noten, kannst du dir den Weg dahin selbst bauen. Vom Grundton der Moll-Tonleiter geht es zwei Tonschritte nach oben zum oberen Dreiklangston des Zieldreiklangs. Und dann hängst du die Tonfolge einfach an, wobei du natürlich innerhalb der Tonleiter bleibst. Den Dreiklang aufwärts und wieder abwärts zu singen, fällt dann sicherlich leicht. In diesem Beispiel erklingt also ein Dur-Dreiklang auf der sechsten Stufe der Moll-Tonleiter. Der gehört ebenfalls zu den Nebendreiklängen. Und auch für einen sehr speziellen Dreiklang, den es in jeder Dur- und Moll-Tonleiter gibt, hilft diese Tonfolge weiter. Auf dem Grundton der Dur-Tonleiter kennst du unsere Übung bereits sehr gut. Beginnst du eine Tonstufe darunter, auf der siebenten Tonstufe in Dur, klingt unsere Tonfolge dann so. Der entstehende Dreiklang ist ein sogenannter verminderter Dreiklang, der übrigens weder ein Haupt- noch ein Nebendreiklang ist. Im heutigen Übungsblatt ist er auch einmal vertreten, violett markiert. Ansonsten hast du in den heutigen Übungen reichlich Gelegenheit, die Vorstellung von Dreiklängen innerhalb der Tonleitern zu schärfen. Und wahrscheinlich brauchst du all die Hilfen bald gar nicht mehr und kannst die Tonsprünge ohne Zwischenschritte vom Blatt singen. Und jetzt heißt es wieder, ran ans Übungsblatt. Ihr findet es, wie immer kostenlos zum Runterladen, direkt hier unter dem Video verlinkt. Und wenn ihr einmal ein Ohr braucht, das euch beim Üben geduldig zuhört und euch vielleicht hin und wieder mal einen Tipp gibt, was ihr noch korrigieren könnt, dann schaut euch mal den Capella Melody Trainer an. Den Link findet ihr auch unter diesem Video, denn dort gibt es auch einige Übungen passend zur heutigen Folge. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal dann. Wir hören uns.